Mephisto ist ein Diener der Hölle und des Teufels und von daher natürlich eigentlich der Böse in dem Stück. Das Besondere in Goethes Faust ist aber, dass er ihn im Prinzip nur Sachen sagen lässt, mit denen er eigentlich recht hat. Er spricht zu Gott über den Menschen. Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen, ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Er scheint mir, mit Verlaub von euer Gnaden, wie eine der langbeinigen Zikaden, die immer fliegt und fliegend springt und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt. Und läg' er nur noch immer in dem Grase. In jeden Quark begräbt er seine Nase. Denn der Mensch bildet sich ja etwas darauf ein, als vernunftbegabtes Wesen über dem Tier zu stehen. Und mit Menschlichkeit verbindet man auch die Fähigkeit zu ethisch und moralisch geleitetem Handeln, im Gegensatz zum tierischen Handeln, das nur die rücksichtslose Triebbefriedigung kennt. Doch genau das, was den Menschen so überlegen erscheinen lässt, die Vernunft, macht ihn insofern tierischer als jedes Tier, als sie ihn dazu befähigt, mit besonders ausgefeilter und technisch ausgereifter Grausamkeit zu handeln. Mephisto sagt von sich, er sei ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Faust fragt, was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht. Drum besser wär's, daß nichts entstünde. Das Böse, daß er will, ist also die Vernichtung von allem Seinden, und das Gute, daß er damit schafft, ist das Nichtsein von allem und wie es dem Sein vorzuziehen ist, denn die Welt ist schlecht. Über das Nachdenken und Philosophieren? Drum frisch laß alles Sinnen sein und grad mit in die Welt hinein. Ich sag es dir, ein Kerl, der spekuliert, ist wie ein Tier, auf dürrer Heide von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt, und ringsumher liegt schöne grüne Weide. Spekulieren ist also ein fruchtloses Geschäft, das einen nur vom Leben abhält. Überfausts Lehrtätigkeit Was willst du, dich das Stroh zu dreschen plagen? Das Beste, was du wissen kannst, darfst du den Buben doch nicht sagen. Das ist eine Anspielung auf die kirchliche Zensur, wie sie beispielsweise Galileo erfahren mußte. Wenn es tatsächlich eine Erkenntnis gibt, und nicht nur leeres Stroh, dann wird sie wohl der kirchlichen Lehrmeinung widersprechen und dementsprechend verboten. Allerdings kommt hier ein kurzer Monolog, in dem sich Mephisto selbst widerspricht, als wenn er seinen Healismus nur vorgibt und eigentlich doch über den Wert von Vernunft und Wissenschaft für den Menschen Bescheid weiß. Gerade deswegen will er Faust davon abbringen. Verachte nur Vernunft und Wissenschaft des Menschen allerhöchste Kraft, laß nur in Blend und Zauberwerken dich von dem Lügengeist bestärken, so hab ich dich schon unbedingt. In Hochform läuft Mephisto auf, wenn er sich als Faust ausgibt und einen Schüler über die Wissenschaften belehrt, über die Metaphysik, also über die Spekulation über das, was die Physik im Sinne von Naturwissenschaft nicht erfassen kann, heißt es, »Da seht, daß ihr tiefsinnig faßt, was in des Menschenhirn nicht passt, für was dreingeht und nicht dreingeht, ein prächtig Wort zu Diensten steht.« Soll heißen, das prächtige Wort erweckt den Anschein von Erkenntnis, auch wenn näher betrachtet dann doch nichts dahinter steckt. Ob Weltgeist so ein prächtiges Wort ist? Entsprechend sinnvoll ist das Lernen dieser Worte. »Habt euch vorher wohl präpariert«, nämlich vor dem Unterricht, »Paragraphos wohl einstudiert, damit ihr nachher besser seht, daß er nichts sagt, als was im Buche steht«, also Begriffe, die nur auf sich selbst verweisen und nichts mit dem Leben zu tun haben. Über die Justiz sagt Mephisto. »Es erben sich Gesetze und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat, Plage.« Wahrscheinlich ist die US-amerikanische Verfassung dafür ein gutes Beispiel. »Weh dir, daß du ein Enkel bist, vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie die Frage. Nämlich ein naturgegebenes Menschenrecht, vor dem alle gleich sind. Auch bezogen auf die Theologie übt Mephisto satirische Sprachkritik. Im Ganzen, haltet euch an Worte, dann geht ihr durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewißheit ein. Wohlgemerkt, Tempel der Gewißheit, nicht der Weisheit. Schüler, doch ein Begriff muß bei dem Worte sein. Mit Begriff ist hier das zu Begreifende, der Sinn gemeint. Mephistopheles? Schon gut, nur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen, denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Wie oben, das prächtige Wort ersetzt die tatsächliche Erkenntnis. Über die Medizin? Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Ihr durchstudiert die groß und kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie's Gott gefällt. Das war Medizin zu der Zeit. Es war purer Zufall, wenn der Arzt den Zustand eines Patienten nicht verschlimmerte, oder wie Beaumarchais es sein Figaro sagen lässt, entweder die Krankheit bringt sie um, oder der Arzt. Immerhin hat man als Arzt das Privileg, sich nach Belieben an Patientinnen zu vergreifen. Besonders lernt die Weiber führen. Es ist ihr ewig weh und ach, so tausendfach aus einem Punkte zu kurieren. Und wenn ihr halbweg ehrbar tut, dann habt ihr sie all unterm Hut. Ein Titel muß sie erst vertraulich machen, daß eure Kunst viel Künste übersteigt. Zum Willkommen tappt ihr dann nach allen sieben Sachen, um die ein anderer viele Jahre streicht. Versteht das Pülzlein wohl zu drücken und fasset sie mit feurig-schlauen Blicken, wohl um die schlanke Hüfte frei, zu sehen, wie fest geschnürt sie sei. Als in der Hexenküche die Hexe überschwänglich Mephisto als Satan begrüßt. »Den Namenweib verbitt ich mir.« Die Hexe. »Warum? Was hat er euch getan?« »Mephistopheles.« »Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben. Allein die Menschen sind nicht besser dran. Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.« So unlogisch das bezogen auf das Stück selbst ist, um so wahrer ist es. Die Aufklärung lehrt uns vielleicht, dass es den Teufel oder das personifizierte Böse nicht gibt. Das macht den Menschen selbst aber um keinen Deut besser. Auch die Zaubersprüche der Hexe bringen Mephisto wieder zu seiner Sprachkritik, jetzt erweitert um den Gedanken, dass mit unverständlichem Geraune auch Macht zementiert wird. »Ich kenne es wohl.« »So klingt das ganze Buch.« »Ich habe manche Zeit damit verloren, denn ein vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art, zu allen Zeiten durch drei und eins und eins und drei Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört. Wer will sich mit dem Narren befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört. Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Als Faust und Mephisto ein Kästchen mit Schmuck in Gretchens Zimmer lassen und dieses von Gretchens Mutter dem Pfarrer übergeben wird, sinniert Mephisto über die Gier der Kirche nach materiellen Gütern. Die Mutter ließ einen Pfaffen kommen. Der hatte kaum den Spaß vernommen, ließ sich den Anblick wohlbehagen. Er sprach, »So ist man recht gesinnt. Wer überwindet, der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufgefressen und doch noch nie sich übergessen. Die Kirche allein, meine lieben Frauen, kann ungerechtes Gut verdauen.« Strich drauf ein Spange, Kett und Ring, als wären's eben Pifferling, dankt nicht weniger und nicht mehr, als ob's ein Korb von Nüssen wär. Versprach ihnen allen himmlischen Lohn, und sie waren sehr erbaut davon. Mephisto ist auch ein Meister im Überbringen schlechter Nachrichten. »Ich wollt, ich hätt eine frohere mehr. Ich hoffe, sie läßt mich drum nicht büßen. Ihr Mann ist tot und läßt sie grüßen.« Als sich Faust weigert, den Tod dieses Mannes zu bezeugen, von dem er ja tatsächlich nichts weiß, nimmt Mephisto den theologischen Unterricht, wie ihn Faust erteilte, erneut aufs Korn. »O heilger Mann, da wärt ihr's nun!« »Ist es das erste Mal in eurem Leben, dass ihr falsch Zeugnis abgelegt? Habt ihr von Gott der Welt und was sich drin bewegt, vom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt, Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben, mit frecher Stirne, kühner Brust, und wollt ihr recht ins Innere gehen? Habt ihr davon, ihr müßt es grad gestehen, so viel als von Herrn Schwertleins Tod gewußt? Über die Eigenschaft des Mannes, seinen Wunsch, eine Frau reinkörperlich zu besitzen, solange es nicht dazu kommt, zu etwas Höherem zu verklären? Ein überirdisches Vergnügen in Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen und Erd und Himmel wonniglich umfassen, zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen, der Erde mag mit Ahnungsdrang durchwühlen, alle sechs Tage Werk im Busen fühlen, in stolzer Kraft ich weiß nicht was genießen, bald Liebe wonniglich in alles überfließen, verschwunden ganz der Erdensohn, und dann die hohe Intuition mit einer Gebärde? Ich darf nicht sagen, wie zu schließen. Faust angewidert von dieser sexuellen Andeutung. Pfui, über dich! Mephistopheles, Das will euch nicht behagen? Ihr habt das Recht gesittet, Pfui zu sagen, man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen, was keusche Herzen nicht entbehren können. Und in diesem Zusammenhang über den außer sich geratenden Faust Es lebe, wer sich tapfer hält. Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt. Nichts abgeschmacktes finde ich auf der Welt als einen Teufel, der verzweifelt.